Und zu den Bienen Ne, da hab ich vom Glück mich grad hochzubuddeln Boddel, Boddel, Boddel Ne, Boddel voll rum Mein Lieblingshörter noch aus der Hölle ist noch raus Hölle, Hölle, Hölle Fast zu lange hier jetzt drin Letzte Aufnahme hier drin beendet Und ja Und dann die Aufnahme wieder angefangen Na super Ne, reicht Reicht erstmal für Eine gewisse Zeit in der Hölle Ich bin auch, und dann Mal gucken, ob ich jetzt beim nächsten Mal da in den Tunnel grabe Das ist ein Villager-Dorf Doch man, jetzt ist es ein Chunk-Gamer Ah, left the game Danke, hier ist ein Chunk-Gamer Achso, jetzt hast du nur selber gelöftet Ja Da kannst du ja nicht mit den Chunk Den Chunk wieder aufreißen weiter rüber gehen können Du kannst den Chunk-Gamer Connecting schneller Gibst du die, ob diese komische Kombination da Ich nicht kenne Ja, so Eigentlich geht das Connecting schneller Was haben wir denn noch so offen Warum auch immer ich noch Clay oder Clay Bricks habe Ich weiß das nicht Warum du behindert bist Ja Aha Oh Viermal Adelt in dem Leben Geil Drei gleich nebeneinander Ah, ich habe so einen Hohlkopf, ne Teilweise ist echt so Hammer Ja Das ist auch auf der Arbeit Mhm Teilweise einfach mal so für Fünf bis zehn Minuten so einen Hohlkopf zu haben Nicht zu wissen, was ich machen soll Weil mein Kopf einfach hohl ist Überarbeitung Naja Der Lamp schaltet halt irgendwann ab Das ist halt Überarbeitung Ein bisschen und deswegen Denkst du den Kopf Nö Jetzt denkst du mal grad an gar nichts An gar nichts Ja, ist halt so Na Das ist bei mir auf der Arbeit Ja Das ist so eintönig Da brauche ich gar nicht überlegen Nö Und du weißt, dass ich das eigentlich gar nicht abkann so was Wenn das so eintönig ist Mhm Kenn das ja selber Nur mein Kopf so Ich laufe grad hier durchs Da wo über die ganzen Felder und sowas, ne Und mein Kopf einfach so Nö, du denkst jetzt einfach an Janisch Das ist Kacka Ich will was machen Aber mein Kopf so Nein, du bist nicht kreativ jetzt Voll Kacke, ey Ja Könnte noch Hm 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 Kopf, Kopf Boah, ich klatsch dich gleich Kopf, ne Ganz ehrlich Ich rappel's hier aber Für fünf Leute im Karton Ja Nice Das kommt besser, dass wir so dann Ich glaub wir sollten nie mehr so Wenn ich von der Arbeit komm So nie mehr nachts aufnehmen Das ist jetzt schon so tödlich Also wirklich nachts ist das ja auch nicht Ja Ist ja noch früh Später haben Ja Später haben Kann man sagen Zu viel Sand wieder hier Voll die Sandbucht Ja Wird halt noch ein bisschen durch den Tunnel gekloppt Macht ja nachts Macht ja nachts Autsch 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 So, warum das jetzt Autsch Ist doch ja nischz 1 Und nicht Ne 1 2 3 5 6 1 2 2 6 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1,2,3,4,5,6 Zack Ah, jetzt haben wir wieder hell hier in der Bude Ja Sicher? Dass du das sagen wolltest? Ich habe ja gesagt Das ging jetzt unten hier Irgendwo La 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 Bum, bum, bum Ich muss noch eine reingehen Okay Ne egal Hääää Machen wir das halt Blup 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 Boob Blup 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 Ich komme Haube Yay mit Sachen der weg zurück hat jetzt auch schon mal noch mal ungefähr eine vier stunde gedauert das wäre toll gemacht wenn man überlegt hätte hätte ich das gesucht dann durch buddeln und alles ist ja normal aber das kann schon gedauert nicht aus muss ich mich auch durch buddeln hier und dann nicht schlauer kopf der einfach irgendwann mal sein schlaf auch der kopf klar kann sowieso nicht sofort langweilig ja ja das geht immer noch wird es schwer wird teilweise aber nö sonst geht es normal hätte auch nicht mehr ja auch schon wieder bald geburtstag habe ich werde immer geärgert hey wie alt wärst du 24 oder wie alt klar klar klaro boah ich bin mal ein 28 ey ja und kommen wir auch irgendwann nur vier jahre ja geht aber schnell ja umso älter du wirst umso schneller vergeht die zeit auch ja das ist halt wirklich was das jahr geht nur schnell um sag mal jetzt kommen wir schon wieder januar um februar geht sowieso schnell weg zack weg da hast du zwei wochen urlaub zack hälfte im mond da weg zack weg einfach so machst du urlaub oh urlaub ich bin wieder vorbei du hast ja hier steine raus holen egal dann krieg ich diese scheiß steine aufgebaut die eigentlich wie die hölle immer gedacht sind come on ich hab sogar mit der zeit geschafft hier zurückzukommen ja Das ist ja kurz nach halb, machen wir mal kurz nach halb so, Ende, machen unsere kleine schlafi-schlafi-Zeit. Bis ich dann schlafe, dauert das sowieso. Hm? Bis ich dann schlafe, dauert sowieso. Oder ich schlafe und nach vier, fünf Stunden bin ich wieder wach. Mittlerweile sind es ja so vier, fünf Stunden, nicht mehr drei, vier. Okay. Na dann? Ja, es kann auch passieren, dass ich mal um acht ins Bett gehe und dann einfach so um drei wieder einfach so, dann wieder wach bin. Der Körper sagt so, nö, heut nicht, bleib mal wach, gibts nicht. Na marsch. Ja, ich kann ja auch aufstehen, wer im Wecker geht, bin ich wach. Spingen doch nicht mal morgen, Muffel, voll schlimm. Ne? Bin nicht mal morgen, Muffel, voll schlimm. Du? Hm? Wecker, klingelt Wecker, bin ich wach. Und zwar schlagartig. Ja, ne, ich nicht. Na gut, ich hör mal am Wecker, so ist das ja nicht. Doch doch. Aber ich mach immer wieder aus. Ne, kann ich nicht. Ich hab Bock auf aufstehen. Oh, jetzt. Morgenüberbau ist lustig. Immer so in einem bestimmten Bereich, wo dann anfängt zu klingeln. Und du dann ein bisschen wieder einschläfst, dann wieder klingelt, ja, ich kenn das. Ja. Ich kenn da jemand auch, der macht genau das gleiche. Dann klingelt der, da klingelt fünfmal der Wecker. Und ne, da klingelt auch noch ein Sechster und dann steht man vielleicht erst das auf. Mein Frauchen. Mein Frauchen. Ja, was bringt Benni? Benni macht Wecker aus und fängt weiter. Klaus, musst du nicht los, äh, musst du nicht aufstehen. Scheiße. Hat's aber drauf. Deswegen mach ich echt, dass so ein bisschen früher klingelt. Ich hasse das auch, um mich zu hetzen morgens. Das kommt auch noch dazu. Lieber früher aufstehen, dass ich mich gemütlich fertig machen kann. Was essen? Mal Kaffee saufen. Mal Kaffee saufen. Mal Kaffee saufen. Äh, Kaffee, Kaffee ist ekelhaft. Ja, ich bin jetzt von Energy auf Kaffee umgestiegen. Man gewöhnt sich extrem schnell. Boah, weil sie es nicht machen können. Ich hab, äh, Waldbeere, Krümmeltee. Ja ne, da hab ich für sich die. Hab ich drei Packungen oben im Schrank stehen. Das Problem bei mir ist halt immer, wenn ich mir dann davon was mach, ist die halbe Dose leer. Ja. Bei mir kann doch die ganze Dose leer sein. Danach. Dann wird das richtig wieder so ne pumpige Masse. Boah. Danach schlafen zwei Tage nicht. Das ist so extrem süß. Boah, da kriegst du auch einen Zuckerschock von. Ja, ich kenn das. Du sitzt wie so ein HB-Männchen hier. Was geht ab? Was geht ab? Echt gut, wenn du Zucker brauchst. Ja. Wenn du Zucker, wenn du kein Zucker mehr hättest, dann brauchst du sowas. Ja. Und das nicht nur ohne. Was haben wir denn hier? Charpness. Weißt du wieviel Süßigkeiten ich auf der Arbeit immer fress? Ich gar nicht. Boah, das geht. Gar nicht. Ja, wenn du rumläufst, am kommissionieren bist oder am packen. Ey, ich bin sonst fast ein dabei. Ich brauch halt meinen Zucker. Zucker. Um auch in die Gänge dann dabei zu kommen. Zucker. Ist halt echt so. Ich sag ja, Arbeit ist ein für nicht. Sonst bin ich dabei ein. Gib mir dein Papier. Hä? Ich bin grad oben im Büro drin. Alles klar, hast du mal auf die Ohren geguckt? Ich weiß So, haben wir? Setz mich jetzt auf einen Stuhl, so Was willst du in meinem Büro? Was soll das? Möchten sie Bücher haben? Hallo, möchten sie Bücher haben? Wollen sie Bücher kaufen? Ne Ich hab nicht mal ein Klo hier, nur eine Badewanne Geht nicht Als ob du denken würdest, dass ich mit jedem Hebel einen Geheimgang baue Das ist bei dir weiß man doch nie, ey, du sch... Ich hab dich jetzt überlegt, wenn du hier so stehst und plupp, und dann fällst du nach unten Weiß gar nicht, was hier drunter war Ah, hier war glaube ich... Ja, was denn hier drunter? Ah, komm hier nicht drum Bei dir weiß man nie Hä, warum das denn? Nicht warum das denn? Wo ist das Verspecken? Stell dich mal vor das Verspecken Warum? Da ist das Ah, das geht ja gar nicht, das ist am Eingang Obwohl, es wird funktionieren, man muss einfach über mehrere Teile Nein, hier ist das Verspecken, ne? Steckt daneben, was Okay Es würde funktionieren Nein Ich habe nichts vor Ja, nichts Nein Überhaupt nicht Was denn? Habe ich jeweils was unverdachtes gemacht? Nein, tut auch nicht Siehst du Siehst du Siehst du Die Map tausche ich noch aus hier die Nein, bevor wir noch auf Fähre-Ideen kommen, würden wir sagen, beenden wir hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei Live in the Woods mit dem Flash Wir sind los Tschüss Warte ich mal ne Runde Tschüss Ja